Ja, grüß Gott, mein Name ist Christoph Schaub von der Firma Siegloch. Mit unserer Spende möchten wir uns sehr herzlich bei zwei Organisationen bedanken. Zum einen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Blaufelden und zum zweiten beim DLRG in Kreilsheim. Wir möchten uns sehr, sehr herzlich für Ihre Arbeit, die Sie für uns leisten, bedanken. Es passiert ja in der Regel auf freiwilliger Basis, dass Sie sich engagieren für uns alle. Und dafür möchten wir ein herzliches Dankeschön heute sagen. Wir sind sehr verwurzelt hier in der Region als Firma und freuen uns deshalb, dass wir zwei regionale Organisationen hier unterstützen können. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken und wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön an die Firma Siegloch, Herr Schaub, an Sie. Dankeschön für die Spende und für die 24 Weihnachtswunder. Auch wir als Zirrgerger Skopik-Ralsheim bedanken uns recht herzlich bei der Firma Siegloch für das Weihnachtswunder und wünschen allen schöne, besinnliche Weihnachten.